da kann es nicht sein da eigentlich auch nicht habe ich da eine Radlager vergessen die haben keine Radlager muss muss die haben die 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 tatsächlich nur 62 da haben wir jetzt alles das ist sehr schön und jetzt fällt die Karosserie, Ölwechsel ist klar und das hier ist auch klar, also Karosserie, Außenspiegel links, rechts und so weiter. Wecklappe, Heckscheibe, ok. Das ich kann hier schon runter. Und das ist jetzt, da halt rein. Nissan Skyline R34 Kaufen, Außenspiegel kaufen, kaufen Winterscheibe kaufen, Heckscheibe kaufen, Heckscheibe kaufen, Heckklappe kaufen. Open. So ein R34 Kaufen. sehr schön bei dem fehlt ja vorne alles, das heißt Scheinwerfer links, Scheinwerfer rechts Stoßstrange Stoßstrange vorne Ok, dann links Putzlöbel links Schreibe links, rechts, Kotflügel rechts, Bild noch, Licht, links, rechts, Kotflügel rechts, Stoßstrange hinten Oh! Sehr schön! Türscheibe links Türscheibe rechts Teile schön raus und wieder rein Was ist denn noch? Wirklich links, rechts? Wirklich links, rechts Wirklich links, rechts Tür links, rechts Tür links, rechts und vorderlich nur im Schild Ich habe gar nicht geguckt Ob ich hätte barrieren können Egal Kann ich hier wieder verkaufen Ah, ich hätte die doch reparieren können Okay, ich hätte mir neue gekauft Egal Ich habe jetzt die Türen Ich habe jetzt die Türen Und die Türen Oh ich auch nicht also nissan ein paar teile muss ich ja kaufen das einbauen hier was fehlt denn noch so noch ein schild dann und dann guck mal hier alles schön eingießen nächste flüssigkeit scheibenwasser muss ich glaube ich auch wechseln ja scheibenwasser auch wechseln wo ist es denn? hier? ich bin auch voll warm Öl dann haben wir hier noch Fremsklüssigkeit, das sieht auch nicht so frisch aus aber auch mal neu hinab jetzt gucken wir mal da haben wir alles da haben wir alles da haben wir alles auftrag beenden 20.000, sehr gut jetzt gehen wir noch mal zum final hier so das ist jetzt rennen schneller bewegen kurze zeiten erhöhte schaufgeschwindigkeit erhöhte montage geschwindigkeit 13 punkte haben wir hier wahrscheinlich nach dem abschluss eines auftrags eine mysteriöse kiste zu erhalten was ist denn 5? ich habe noch 4 punkte jetzt habe ich noch 1 punkte ok gut hier habe ich ja alles mehr gibt es ja gar nicht reingehen das passt so in diesem sinne würde ich sagen danke fürs heutige reinschauen im live stream beziehungsweise für die folgen und wie immer lasst doch gerne einen kommentar und ein abo würde mich auch riesig freuen also bis zum nächsten mal ich höre stefan ciao 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 ciao